Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Happy Wheels. Wir spielen wieder eure Level und heute erwarten uns direkt am Anfang zwei Cave Level. Habe ich beide schon gespielt in der Folge wo das Ende abgeschnitten war. Aber ich spiele es jetzt natürlich nochmal. Ich baume mal die Cave von Beckski, fangen wir an. Der Baum und andere, endlich ist mein Cave Level fertig. Ich hoffe ihr habt Spaß. Bitte bewerten. Okay. Sieht sehr sehr geil aus. Ich habe dir übrigens schon 5 Sterne gevotet. Äh, also jetzt geht's nicht mehr. You have already voted on this level, weil ich hab's ja schon gespielt. Hm, hier ist ein Jetfall. Sieht sehr sehr geil aus mit den Kristallen. Sehen echt schön aus. Ich hab jetzt auch übrigens den Sound an wie in der letzten Folge. Weil, ja, ich, manche sagen der Sound nervt und manche sagen, man soll, ich soll am liebsten Musik hinterlegen und den Sound auslassen. Würde ich auch eigentlich gerne machen. Das Problem dabei ist, äh, ich hab nicht mal ein richtiges Schneideprogramm, also wo ich hier so Musik hinterlegen kann. Und ich wollte mir das jetzt auch nicht... Gibt's da... Falls da irgendwelche kostenlosen Guten gibt, äh, könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Aber, ähm, ein kostenpflichtiges würde ich mir wahrscheinlich sogar holen. Aber das mach ich dann natürlich auch erst, wenn ich hier einen neuen PC hab. Und da ich den noch nicht hab, hab ich auch noch kein richtiges Schneideprogramm. Und, ja, deshalb ist das ein bisschen schwierig mit Musik hinterlegen und Videos schneiden. Aber gut. So, fahren wir durch die Höhle der Wrecking Ball. Wird uns jetzt wahrscheinlich... Ne, wir kriegen den Helm, sag ich. Komm. Schnell. Oh, er hat uns schön angeboostet. Jetzt fliegen wir hier über die Sachen, die runterfliegen. Oh mein Gott. Oh, ich hab's geschafft. Slow. Danke. Fürs Spielen wahrscheinlich. Danke fürs Spielen. Sehr schöner Victory. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Bitte werten, please. Raid. War sehr, sehr, sehr cool. Sah, ähm, echt gut aus. Ich hab dir natürlich 5 Sterne gegeben. Und Cave Story 2 von Rootblock Edit. Machen wir weiter. Part 2 habe ich versucht, Gameplay reinzubringen. Nicht beste Grafik. Baut zwar trotzdem. 4-6 Stunden. Ich hoffe, es gefällt dir. Äh, das Level hab ich nicht geschafft. Muss ich mir ein Replay angucken. Mal gucken, ob wir uns diesmal besser anstellen. Erstmal hier durch diese Dreiecke müssen wir uns irgendwie quellen. Und da reißt direkt mein Kopf ab. So. Fahren wir durch diesen Skelettschädel. Den wunderschönen. Da kommen die Rippen vom Skelett. Und jetzt sind hier einige Knochen. Also das Gameplay, das ist auf jeden Fall gut vorhanden. Allerdings, ach, die Möglichkeiten zu sterben sind trotzdem recht gering, sag ich jetzt mal. Also hier kann man sich an den Dreiecken natürlich aufschlitzen, aber... Ansonsten hier kann man kaum sterben, außer durch die runterfallenden Sachen ist es manchmal nur ein bisschen nervig, sich durchzukämpfen. Zum Beispiel hier bei den Knochen, oder da kommt später noch ein Part, oder ganz am Anfang. So, der Knochen fällt jetzt wieder runter. Lassen wir ihn einfach. Ne, das ist auch nicht dein Ernst. Das nervt. Help, help, help. Die nehme ich natürlich gerne an, die Help. Aber es ist ja auch nur der Anfang. Den kriege ich auch so hin. Wow. Was war das denn? Dieses Level. Es ist echt... Du hast versucht Gameplay reinzubringen, und das merkt man auch. Deshalb ist es auch nicht so einfach. Ich mag eigentlich gerne einfache Level. Ist ja eigentlich klar, dass ich das lieber mag, aber... Trotzdem, gerne auch so Gameplay-Level dürft ihr gerne einreichen. So, hier sind wieder die Regenwürmer. Der bekiffte Wurm ist ja auch dabei. Ach nee, jetzt hat sich Timmy da verhakt. Ein Glück, dass wir rausgekommen sind. Über den bekifften Wurm fliegen wir mal drüber. So, sind hier immer mehr Regenwürmer, und gleich kommt eine richtig miese Stelle. Das weiß ich noch. Und zwar in diesem Regenwurm kommt komplett unvorbereitet... Irgendwann eine Harpune auf mich zugeschossen. Und da bin ich... Achso, hier ist es noch nicht. Und da bin ich selbstverständlich auch gestorben. Okay. Diesmal nicht, aber ich hänge fest. Ich habe keine Chance, hier rauszukommen. Ähm, und diese Harpune, das ist... Man hat eigentlich keine Chance, hier auszuweichen. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig, weil es kommt die ganze Zeit kaum was, wo man sterben kann, und das war auch der Fehler, deshalb habe ich dir nur 4 Sterne gegeben. Da direkt wäre der Victory gewesen, dass man direkt... Vorher kann man kaum sterben, außer durch eigene Dummheit, wie ich es oft getan habe. Und dann ganz am Ende kommt eine Harpune, der man eigentlich nicht ausweichen kann. Egal, was man macht, man hat kaum eine Chance. Und das ist halt ein bisschen, ein bisschen arg nervig. Aber gut, Baum-HD-Obstacle-Kurs machen wir weiter von Sharks. AT, wahrscheinlich Österreich. Herr Baum und andere, zu diesem kurzen Obstacle-Kurs hat mir viel Mühe gegeben. Viel Spaß, ich bitte um konstruktive Kritik. Aha, hast du dich an einem Graffiti versucht? Sieht ziemlich gut aus. Baum-HD und andere, viel Spaß bei diesem Level. Okay, die Spikes sehen auch cool aus. Okay, das ist eine Wippe. Komm schon. Ja, hab's gerade so rüber geschafft, aber bin da natürlich an meiner eigenen Dummheit zersplashed. Okay, das war auch sehr, sehr dumm. Jawohl, über die Wippe drüber. Hier kommt wahrscheinlich eine Harpune. Okay, hier muss ich runter. Und da geht's zum Victory-Baum-HD. Sehr schönes Level. War das dein erstes? Hast du was dazu geschrieben? Nee. Aber war sehr, sehr schön. Also, so ein Level kann man auch gerne mal machen. Einfach so ein kleiner Obstacle-Kurs. Das sieht sogar noch schön aus. Es ist nicht so ein stinknormaler Obstacle-Kurs. Ich würde ja auf jeden Fall schon 5 Sterne geben. War ein sehr, sehr schönes Level, finde ich. Baum-HD-Mix machen wir weiter von Mariposa. Hey Baum, alles steht im Level. Viel Spaß. Ach ja, sorry, aber das mit dem Custom-Victory check ich nicht. Das ist traurig. Hallo Baum, das ist mein zweites Level. Und ich hoffe, es ist besser als das erste. Viel Spaß. Okay. Kommt ein Slow-Part. Komm schon. Okay, der ist nicht so schwierig. Jetzt kommt ein kleines Quiz. Welcher Baum hat die größten Blätter? Das hatten wir schon mal, der Go... Moment. Nein, das war die Raffia-Palme. Wir hatten doch schon mal das Baum-Quiz. Da war es die Raffia-Palme. Der Gorilla-Baum war frei erfunden. Das weiß ich noch. Aber die Bananen-Stau hat ganz sicher nicht die größten Blätter. Oder eines von euren Quizzen hat gelogen. Das war leicht, denn diesen Baum hat... Was? Diesen Baum hatte auch ein anderes Level. Ich wollte dich nur testen. Ja, aber das andere Level hatte ein anderes, was richtig ist. Wer ist die Schrift, mit der sie geschrieben hat? Natürlich Chiroglyphen. Das weiß ich, aber... Ich bin einfach reingefallen. Das war es mit meinem Level. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Liebe Grüße, Marie-Poser. Das Quiz war ein bisschen merkwürdig. Was war am Anfang da vorne mal? War da überhaupt was? Ja, hier hochfahren und ein Slow-Part. Ähm... Mehr als drei Sterne kann ich dir nicht geben, weil die Quiz-Fragen waren beide... Also, die zweite war gut. Aber, äh... Bei der ersten... War vermutlich einfach falsch. Oder der andere hat es falsch damals. Auf jeden Fall... Ansonsten war recht wenig drin. Aber es war trotzdem nicht schlecht. Nicht falsch verstehen. Machen wir noch... Bauen wir die Landschaft von Tansa834. Ey Baum, ich habe dir wieder ein Level eingereicht. Ich hoffe, es gefällt dir. Beim Auto habe ich noch eine kurze Frage. Du wirst sehen, wo. Wenn es ruckelt, ist es wahrscheinlich wegen dem Schluss. Der brauchte viele Shapes. Okay. Sieht gut aus. Muss ich kurz husten. Ähm... Okay. Moin, da war noch was. Das muss ich auch noch sehen. Fall ich fast auf den Kopf. Ich kann nicht genau sagen, was das sein soll. Hi! Schönes Graffiti. Okay. Äh, ich nehme an, das wird jetzt eine Zeitreise. Ich bleibe einfach mal stehen. Ja. So ein ähnliches Level war ja... Ist ja die ganze Zeit auf der Startseite mit so einer Zeitreise. Okay, jetzt geht's weiter. Oh, die drehen sich. Okay, habe ich geschafft. Sieht echt schön aus. Sind wir im Zeitalter der Dinosaurier. Moment. Gehen wir hier rein. Moment. Äh, Timmy hängt fest. Und ich habe keine Arme mehr. Da ich keine Arme mehr habe... Bei dem Auto schaue ich es nicht, ein Design zu machen, wie zum Beispiel dein Ferrari. Ich kann es nicht mit dem Gehäuse von diesem komischen Fahrzeug verbinden. Kannst du nochmal ein Tutorial dazu machen? Ähm... Mach ich nicht, weil das ist ganz einfach. Du nimmst einfach... Du hast ja das hier gruppiert und die Räder daran befestigt. Und bevor du das gruppierst, machst du einfach noch die... Äh, brauchst du einfach das Auto aus A-Tools und gruppierst es dann zusammen mit dem Rahmen zu einer Gruppe. Und dann ist es genauso... Genau die gleiche Wirkung wie jetzt, nur in schöner. Aber das Ende will ich trotzdem nochmal sehen. So, die Zeitreise wieder. Ab ins Zeit, Alter, der Dinosaurier. Hier, mach ich mal einfach links-rechts. Uuh, die Halterung, ich weiß eigentlich, wie die geht. So. Und... Z. Oh. Das hat nicht so richtig funktioniert. Geh das mal weg. Ah ja, da ist es weg. Okay. Hier springen wir mal elegant drüber. Die Spikes fallen runter. Thanks for watching. Ach so, ja, das hat viele Shaves verbraucht. Das glaube ich dir. Cooles Level. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, ich hoffe, ich habe dir mit dem Auto auch weiterhelfen können. Okay, das war es jetzt für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.